Hallo, ich heiße Maike. Ich bin Reiseleiter von Gaviota Aventura. Ich habe in Havana geboren, in der Stadtteil Arroyo Naranjo, Parraga. Ich habe zwei Jahre in einer Sprachschule Deutsch gelernt. Darf man auch sagen, ich habe nicht so viel Erfahrung wie Reiseleiter. Ich habe nur zwei Jahre wie Reiseleiter in Aventura Agentur. In Kuba mache ich verschiedene Programme, wie zum Beispiel Fahrradfahren, Echstabbeschistigung und genauso Wanderung mit den Kunden. Die meisten Programme, die ich mache hier in Kuba, sind sehr interessant. Es gibt in Kuba drei besondere Städte, die gefällt mir am meisten. Diese Städte sind Havana, Linnidad in San Despíritus und der dritte Stadt ist Vinales. Die befinden sich in Pilar de Rio. Wenn Sie Kuba besuchen wollen, ich empfehle Sie diese drei Städte besuchen. Mit mir können Sie die besten Sachen von Kuba sehen. Deswegen, ich empfehle Sie eine Rundreise hier in Kuba mit mir machen, mit dem besten Reiseleiter. Ich hoffe, dass du Sie am nächsten Mal mit mir machen. Ich habe eine Rundreise hier und das kaufeln. Vielen Dank.